Guten Abend und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Germania Magna Podcast. Heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das sowohl mit der Geschichte als auch der Geografie in Verbindung steht. Und wir werden uns die verschiedensten Dimensionen dieses Themas angucken, indem wir heute mal schwerpunktmäßig über die Geografie einen Blick auf eine Kulturlandschaft oder besser gesagt zwei beziehungsweise drei Kulturlandschaften gewinnen. Diese Kulturlandschaften sind schwerpunktmäßig Böhmen und Meeren und eben auch mährisch oder österreichisch Schlesien, was man eben historisch darunter verstanden hat. Wir werden uns dementsprechend die Geschichte der Landschaft angucken. Wir werden einen Blick darauf werfen, welche Landschaftsstrukturen dem zugrunde liegen und das aber so machen, dass wir eben über die Geografie an diese Sache rantreten und dementsprechend heute mal über insgesamt neun Karten einen Blick auf die Geschichte dieser Landschaft gewinnen werden und damit auch mal etwas eben in die Geschichte von richtigen Kulturlandschaften herabsteigen und wie uns eben auch Karten vielleicht helfen können, das Ganze besser zu verstehen. Entstanden sind diese Karten, die ich hier habe, mal im Rahmen eines Projektes, das ich in der Uni tatsächlich absolvieren musste. Und ich habe mir aber gedacht, dass ich sie hier nochmal aufgreife und vielleicht eine kommentierte Version in Form dieses Podcasts anfertige, in der ich eben darauf eingehe, inwiefern diese Karten denn beschreibend für diese Kulturlandschaften und auch ihren heutigen Status sind und was vielleicht so interessante Dimensionen daran sind, wie man mit Karten in der Lage ist, Geschichte und Kultur darzustellen. Aber eben auch beispielsweise wirtschaftliche Aspekte, eben alles, was eine Kulturlandschaft ausmacht. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute in diesem Podcast vorhaben. Ja, aber beginnen wir ganz von vorne. Böhm und Meeren sind zwei kulturhistorisch interessante Landschaften in der heutigen Mitte Europas. Ich denke, den allermeisten sollte Böhm und Meeren etwas sagen, wo das in etwa gelegen ist. Nämlich ziemlich deckungsgleich mit dem Staatsgebiet der heutigen Tschechischen Republik. Natürlich auch nicht ganz, denn es gibt auch einen schlesischen Teil der Tschechischen Republik, dazu später aber mehr. Und wie es eben auch um diese Landschaften innerhalb des tschechischen Staates steht. Beginnen wir mal ganz von vorne. Die erste Karte, die wir sehen, ist eine topografische und administrative Karte der Tschechischen Republik, auf der sowohl die Verwaltungseinheiten eingezeichnet sind, an dieser Stelle relativ offensichtlich, als auch die größten Städte. Und da kann man, denke ich, mal ganz von vorne beginnen. Böhm und Meeren sind nämlich zwei Landschaften, die zwar innerhalb der Tschechischen Republik liegen, aber in Tschechien selbst, trotz ihrer kulturhistorischen Bedeutung im Übrigen auch für die Tschechen, keine administrative Bedeutung insofern haben, als dass sie sich eben nicht innerhalb der Staatsgliederung niederschlagen, dass meinetwegen das Land in diese beiden Regionen geteilt wäre. Sondern Tschechien selbst, das ist fast so ein bisschen in der Tradition der Ostblockstaaten zu sehen, ist so gegliedert, dass es eben hauptsächlich um Städte fokussierte Verwaltungseinheiten sind, die ähnliche Wirtschaftskraft, ähnliche Population, ähnliche Größe abdecken und insofern vor allem also administrativ sinnhaft sind. Sich dementsprechend aber natürlich auch an geografischen Landmarken ein Stück weit orientieren. Natürlich nicht nur, und es muss dazu gesagt sein, dass diese Verwaltungseinheiten innerhalb von Tschechien natürlich etwas kulturhistorischer als diese klassischen Ostblock-Stadtbezirke sind, wie man sie meinetwegen auch in der DDR hatte und sowieso überall im östlichen Gebiet. Aber sie sind eben letzten Endes doch etwas, das kulturhistorisch nicht so bedingt ist wie die Landschaften Böhmen und Meeren. Böhmen und Meeren haben zwar auch heute noch in Tschechien so eine gewisse Bedeutung, nicht zuletzt auch bis zu einem gewissen Grad ganz banal touristisch, aber sie sind eben, wie gesagt, nicht in dieser Form vertreten. Dementsprechend ist auch das Gebiet des historischen Böhmen und Meeren, also sowohl der historischen Verwaltungseinheiten als auch der Kulturlandschaften heute eben in diese Gebiete eingegliedert. Also es gibt beispielsweise Bezirke, die sowohl Teile des historischen Meeren als auch Böhmen abdecken und dann eben nur solche, die Teile von Böhmen oder Meeren abdecken. Das ist je nach Situation etwas unterschiedlich. Da werden wir aber später nochmal dazukommen. Denn was jetzt erstmal im Vordergrund stehen wird, ist, dass wir uns angucken, wie denn überhaupt die Ausgangslage von dieser Landschaft beschaffen ist. Wie diese Landschaften und auch der Staat, die Tschechische Republik am Ende selbst, überhaupt rein geografisch beschaffen sind und welche tieferen, wenn man so möchte, Faktoren denn da im Erdreich liegen. Und das machen wir jetzt mit dieser Karte, auf der wir uns nämlich angucken, wie es mit der geomorphologischen Gliederung der heutigen Tschechischen Republik aussieht und damit auch im Endeffekt des historischen Böhmen und Meeren. Nämlich insofern, als dass wir uns angucken, welche Massen hier denn jetzt erstmal wirken. Ja, man hat es schon auf der topografischen Karte gesehen, wie sich das jetzt mit diesen Farben hier deckt. Aber hier können wir dann doch nochmal ein bisschen deutlicher erkennen, welche tatsächlichen geomorphischen Massen dahinter stehen und wie sich das zum Beispiel im konkreten Landschaftsbild niedersteckt. Denn man redet immer gerne von der einen Kulturlandschaft und das stimmt so gesehen auch definitiv. Aber es gibt natürlich auch noch die geologische Perspektive, hinter der da nämlich steht, dass all das nochmal eine Untergliederung erfährt. Wir sehen nämlich hier beispielsweise verschiedene Farbgürtel. Im Westen haben wir so diese bläulichen und violetten Töne, die sich ja im Grunde vor allem in dem Gebiet, das das historische Böhmen ist, erstrecken und die dementsprechend also vor allem die Gebirge, die diese Landschaft nach Westen hin abschnüren, darstellen. Dann haben wir nochmal im Norden ebenso rote und rotbraune Töne, die sich im Grunde auch von diesem gesamten Gebiet, wo sich dann diese blauen Töne verlaufen, durch bis rüber nach Osten, wo dann hier jetzt mal eingezeichnet Ostrau beispielsweise liegt, sich durchziehen und die also auch Gebirge darstellen. Dann haben wir, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, in der Mitte dieses Gebietes verschiedene gelbliche und gelbbraune Töne. Und das ist tatsächlich dadurch bedingt, dass in dieser zentraleren Region es so ist, dass hier nämlich Hochland gelegen ist. Währenddem also Rot und Blau ein Gebirge mehr oder weniger darstellen, zumindest in diesen westlichen Gebieten, sind diese gelbbraunen Töne tatsächlich Hochlandgebiete, wo man also davon sprechen kann, dass es hier nicht unbedingt klassische Gebirge sind, die da zugrunde liegen, aber eben Hochgebiete, die also beispielsweise hüglige Landschaften mit insgesamt auch relativ hohem Abschluss oberhalb der Normalfläche darstellen. Und das ist auch ganz interessant, nämlich dafür, wie beispielsweise sich Flüsse innerhalb von diesem Gebiet entwickeln, wie sie fließen und damit auch wie räumliche Kontinuitäten entstehen. Dazu aber später noch etwas mehr. Nun waren wir schon in den westlichen Gebieten geblieben. Wie wir aber sehen, zieht sich da auch so ein rötlicher Strich einmal in der Mitte durch dieses Gebiet durch. Und das ist tatsächlich auch schon die Wasserscheide zwischen dem westlichen und dem östlichen Gebiet, zum einen und auch die kulturhistorische Grenze von Böhmen und Meeren. Böhmen dementsprechend im Westen, Meeren im Osten. Und in diesen östlichen Gebieten gewinnt dann Blau nochmal einen etwas anderen Kontext, nämlich insofern, als dass es hier Flachland darstellt. Und das ist nicht nur irgendein Flachland, sondern das ist tendenziell tiefgelegenes, auenartiges Flachland, das hier sogar Ausläufer der sogenannten illyrischen Platte erfährt. Also mehr oder weniger in einem geografischen Kontext mit den Regionen, die dann im Süden ansetzen, steht und sich schlussendlich über Österreich dann bis nach Pannonien und Illyrien verlaufen. Also mehr oder weniger so dieses ganze zentraleuropäische Becken einschließlich Ungarns abdecken. Und dessen nördlichste Ausläufer finden sich eben auch hier. Das zum einen zu den Blauen und eben auch diesen grünlichen Tönen, die dort zu sehen sind. Nun Grün und Blau, soweit ganz klar, aber dann haben wir da auch noch Türkis und Violett. Und Türkis und Violett sind tatsächlich Farben, die dafür stehen, dass in diesem Gebiet von Osten her die Ausläufer, die westlichen Ausläufer in diesem Fall der Karpaten anliegen. Also das sind so diese klassischen, wenn man so möchte, märischen Karpaten, die dort anschließen und dort eben auch noch mal ein Gebirge darstellen. Nun sieht man aber schon, während dem Böhmen von allen Seiten ziemlich gut abgeschnitten ist, also im Norden, im Westen und im Grunde auch im Süden von diesen regelrechten Gebirgen, die sich da erstrecken, und gen Osten hin eben von diesem Hochland, stellt Meeren mehr oder weniger fast schon ein Pass da, der sich nämlich dadurch darstellt, dass in diesem Gebiet eben die Ausläufe des Flachlandes durchreichen und es quasi ein Pass zwischen den westlicheren Gebirgen, das sind die sogenannten Sudetengebirge, und den östlicheren, den Karpaten, gibt. Und das ist etwas für die Landschaft also sehr Beschreibendes. Grundlegend, und das möchte ich hier noch mal festhalten, können Böhmen und Meeren aber in drei Grundlandschaften gegliedert werden. Erstens Tief- und Flachland, zweitens Hochland und drittens klassische Gebirge. Die höchsten Gebirge gehen natürlich auch über 1000 Meter rauf, also das gibt doch recht hohe Gebirge da, aber zu richtigen Hochgebirgen wachsen sie sich tatsächlich innerhalb der tschechischen Republik und damit von Böhmen und Meeren nicht aus. Und hier können wir jetzt mal die Landschaften, die innerhalb von diesem tschechischen Staatsgebiet gelegen sind, ganz direkt einziehen. Böhmen im Westen, Meeren im Osten, soweit ganz klar. Und die Grenzen zwischen diesen beiden Gebieten, das sind tatsächlich auch die Grenzen, die sich hydrologisch ergeben, wenn man sich anguckt, in welche Richtung welche Flüsse abfließen. Denn die Flüsse im Westen, die fließen tatsächlich über Böhmen, alle in Form der Elbe dann nach Norden ab, und die Flüsse im Osten fließen über die March dann in die Donau ab. Und insofern kann man also direkt sehen, wie diese beiden Kulturlandschaften durch Pässe zum einen bestimmt gewesen sind, durch Gebirgskämme und eben auch hydrologische Scheiden, die dazu geführt haben, dass sie sich erstmal so rausgebildet haben. Denn das sind am Ende alles Dinge, die gewisse, ja, wenn man so möchte, räumliche Freizügigkeiten bedingen, was eben dazu führt, dass dann dort in diesen Regionen auch höhere Mobilität vorherrscht, sich bestimmte kulturelle Aspekte schneller verbreiten und so weiter und so fort. Man am Ende also mit einer Kulturlandschaft dasteht. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass es hier Böhmen und Meeren gibt, sondern sich auch ein orangener Fleck am äußersten Nordosten eingeschlichen hat, der schon jenseits der Gebirge liegt. Und das ist tatsächlich das Gebiet, was man historisch als österreichisch Schlesien bezeichnet hat und vielleicht heute in einem etwas neutraleren Kontext als märisch Schlesien bezeichnen könnte. Und das ist sozusagen nochmal die dritte kleine Kulturlandschaft, die in Tschechien gerne übersehen wird, aber da tatsächlich auch vorhanden ist und dann auch nochmal eine etwas andere Geschichte hat. Aber auch die, und das ist ganz interessant, definiert sich nicht unmaßgeblich darüber, dass hier wieder eine Wasserscheide zugrunde liegt, nämlich insofern, als dass die Flüsse, die also in diesem Teil Tschechiens entspringen, dann nach Norden hin abfließen und in Form der Oder dann nochmal ihr eigenes Abflusssystem haben. Und wo wir jetzt schon über die einzelnen Flusssysteme gesprochen haben, sei das hier vielleicht nochmal verdeutlicht. An oberer Stelle immer zu sehen, der deutsche Name, darunter der tschechische Name. Und wie es im Grunde relativ offensichtlich ist, fließen die Flüsse, die in Böhmen entspringen, alle in die Elbe rein und dann mit der Elbe auch schlussendlich ab. Abseits der Eger entspringen die im Übrigen auch alle innerhalb des tschechischen Staatsgebietes, also damit des kulturhistorischen Böhms. Und man erkennt also richtig, wie sich die Elbe quasi fast schon wie so eine Krake aus diesem böhmischen Gebiet, aus dem Hochland und aus den Becken speist und dieses ganze Wasser dann über die Elbe nach Norden abtransportiert wird. Und das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Verdeutlichung dessen, wie hier Geografie innerhalb von einem Raum funktioniert. Nämlich, dass die Flüsse entlang von diesen einzelnen Gebirgen entspringen und dann über das Becken abfließen, bis sie sich schlussendlich in einem einzigen Fluss ausgehen, der sich dann eben in Form der Elbe etabliert, wenngleich die Moldau beispielsweise der längere Fluss ist. Zumindest insofern, als dass sie einen größeren Weg durch das böhmische Becken zurückgelegt hat. Im Osten wiederum, und das ist ganz interessant, sehen wir jetzt nochmal genau dasselbe Spiel, nämlich mit der Oder, die dasselbe im Endeffekt für Schlesien tut. Auch da die Flüsse, die im Norden entspringen, die fließen langfristig alle in die Oder ab, wenngleich hier jetzt natürlich nur die Oder selbst eingezeichnet ist. Und im Süden die March sozusagen die Rolle dessen übernimmt, was in Böhmen noch die Elbe gewesen ist. Also mehr oder weniger diese Landschaft Meeren definiert. Und im Fall von Meeren ist es sogar so, dass der Name von Meeren sehr wahrscheinlich selbst von der March kommt. Also dass der Fluss namensgebend für die Landschaft ist. Was ja insofern auch nachvollziehbar ist, als dass er sich mehr oder weniger durch diesen ganzen Landstrich durchschlängelt und darüber hinaus eben dann auch diese Kulturlandschaft maßgeblich mitprägt. Und das ist sozusagen das, was da zugrunde liegt. Was aber auch wieder aufzeigt, was Flüsse oder die reine Geografie am Ende für Auswirkungen auf die Kulturlandschaft haben kann. Der zweite Faktor, den wir auch schon angesprochen haben, der auch angeklungen ist, das sind tatsächlich Gebirge. Und hier habe ich mich jetzt dazu entschieden, diese Gebirge einfach nochmal etwas betonter einzuzeichnen. Indem nämlich die Gebirgspässe selbst an dieser Stelle mal mit brauner Farbe dargestellt sind. Also das sind wirklich hohe Gebirge, keine Hochgebirge. Aber es wird schon schwierig, die zu passieren, ohne dass man einen Pass hat. Und dementsprechend ist das auch für Mobilitäten innerhalb dieses Raumes sehr relevant. Und insbesondere Böhm ist da ziemlich gut abgeschnitten. Also andere Gebiete haben da deutlich mehr Öffnungen, nach Süden vor allem hin. Aber Böhm ist wirklich ziemlich umgeben davon. Und das ist eben auch ein perfekter Faktor im Zusammenhang mit der Hydronomie dieses Gebietes dann noch zusätzlich, der dazu führen kann und in diesem Fall auch dazu geführt hat, dass sich so eine Kulturlandschaft herausbildet. Wir sehen im Übrigen auch, größtenteils am Rande von diesen Gebirgen haben sich Städte gebildet und dann eben auch im Becken selbst drin. Aber in diesen höheren Gebirgen selbst eher weniger. An dieser Stelle kann man auch nochmal auf die Untergliederung ein bisschen eingehen. Böhmisches Erzgebirge oder Erzgebirge generell sollte jedem bekannt sein. Böhmerwald im weitesten Sinne auch mit dem Bayerischen Wald bildet im Grunde auch ein Massiv. Und dann gibt es aber noch im Osten und im Nordosten diese Gebirgskette, die sich vom Riesengebirge über das Schneegebirge bis zum Altvatergebirge erstreckt. Und das ist so die Region, die man im klassischen Sinne als die Sudeten verstanden hat. Und das ist so die Region, die man im klassischen Sinne als die Sudeten, also dieses Dreigespann da verstanden hat. Und dann im Osten, also die märischen Beskiden oder märischen Karpaten, das sind ja im Endeffekt Ausläufer davon, begrenzen dann wiederum Meeren gen Osten hin von den Gebieten, die heute Teil der Slowakei sind. Und Meeren selbst ist im Westen eben auch hier wieder von diesem Hochland etwas begrenzt worden. Nach Süden und nach Norden hin, und das unterscheidet Meeren von Böhmen etwas, gibt es aber räumliche Kontinuitäten. Einmal in das Gebiet des heutigen Polens, historischen Schlesiens rein und dann nach Süden eben nach Österreich und damit eben auch in die Donauebene. Werfen wir nun aber einen Blick darauf, wie sich das Ganze kulturell niederschlägt. Hier habe ich mal eine Karte eingeblendet, die mehr oder weniger die Dialekte innerhalb des Tschechischen darstellt und wie sie heute noch dort gesprochen werden. Wir haben einmal eine große gelbe Fläche, wir haben eine große pink- bzw. blaue Fläche und eine grüne Fläche und dann natürlich noch eine graue Fläche. Zu der grauen Fläche kommen wir zuletzt und wir schauen uns jetzt erstmal an, was hier sonst so zu sehen ist. Wie es nämlich deutlich zu erkennen ist, ist es auch hier wieder so der geografische Raum, der die Kontinuitäten begrenzt innerhalb des Dialektes und dafür sorgt, dass man im Grunde drei Hauptdialekte hat. Einmal im Westen, was mehr oder weniger ein Ausdruck dessen ist, dass dort dieses klassische böhmische gesprochen wird, also was die tschechische Mundart betrifft. Dann diesen märischen Dialekt, der im Südosten gesprochen wird und dann nochmal einen weiteren Dialekt, der tatsächlich doch stärkere polnische Einflüsse hat innerhalb der tschechischen Sprache, der im Nordosten gesprochen wird. Und auch hier wieder hat man diese Landschaftsscheiden, die im Grunde die historischen Landschaften Böhmen, Meeren und Meerisch-Schlesien definieren. Hier jetzt nochmal mit der Wasserscheide zum einen und zum anderen auch der Grenze von Böhmen und Meeren oben drüber gelegt, sieht man schon, da gibt es natürlich Überschneidungen an ein, zwei Stellen, aber insgesamt ist das schon doch ein relativ eindeutiger Trend, der sich daraus bildet. Mit entsprechenden Mischdialekten natürlich in der unmittelbaren Grenzregion. Nun, was sind aber die grauen Gebiete? Die grauen Gebiete, das sind historisch deutsche Sprachgebiete, in denen heute so ein Mischdialekt vorhanden ist, der also daher rührt, dass dort die verschiedensten Angehörigen jener Völker, die grob so einen tschechischen Dialekt gesprochen haben, angesiedelt wurden. Wobei nur Tschechen falsch ist, denn es sind auch Slowaken angesiedelt worden, das ist ja damals noch die Tschechoslowakei gewesen. Und dementsprechend gibt es da entweder so diese Standardvariante des Tschechischen, was man im Grunde für uns greifbar machen könnte, insofern, als dass man sich halt Hochdeutsch vorstellen muss. Oder, dass dort eben ganz direkt Mischungen davon vorhanden sind und da also keine richtige Dialekthaftigkeit besteht, zumindest nicht in so einem engeren Sinne. Und das zeugt eben davon, dass dort mal Deutsche gesiedelt haben. Und das würde uns jetzt schon zum nächsten Punkt bringen, nämlich der historischen deutschen Besiedlung der beiden Landschaften. Und da spielt auch die Geografie wieder eine sehr interessante Rolle, die ich hier einfach mal anbringen möchte. Wir sehen hier in drei Farben dargestellt. Erstens ganz leichtes oder helles Rot, das sind die mittelalterlichen Ansiedlungen. Dann sehen wir dieses dunklere Rot, das ist im Grunde diese neuzeitliche Siedlung, die noch bestanden hat in der Neuzeit und dann erst in der Folge des Zweiten Weltkrieges und des Ersten Weltkrieges vernichtet wurde. Und dann sehen wir dunkelrot. Das sind im Endeffekt die heutigen Sprachgebiete. Und da kann man im Grunde auch schon erkennen, dass, wie man hier sieht, diese Sprachgebiete nicht unmaßgeblich über räumliche Kontinuitäten fungieren. Also beispielsweise ist es so, dass die Deutschen, die mal dort gelebt haben, weniger in dem Becken drinnen gesiedelt haben oder zumindest innerhalb des Beckens ihre Siedlungsgebiete nicht zu langfristig bestanden, sondern eher und vor allem eben im Umland und dem Rand der Gebirge, also am Rand der Mittelgebirgslandschaften, sich niedergelassen haben und dort ihre Orte gegründet haben. Und das ist auch so eine Sache, die für die mittelalterliche deutsche Ostsiedlung gar nicht so untypisch gewesen ist. Denn tatsächlich ging es auch häufig darum, wenn beispielsweise die Prämisliden, die das im Fall von Böhm und Meeren sozusagen initial orchestriert haben, dass es zu einer Ansiedlung von Deutschen kam, dass die sich eben in Gebieten niedergelassen haben, die vorher noch relativ dünn besiedelt gewesen sind, unwirtschaftlich waren und dass sich das hier eben vor allem im Fall von diesen Gebirgen niederschlägt. Da spielt im Übrigen auch mit rein, dass sich an diesen Gebirgen und in den Gebirgen selbst der deutsche Sprachraum dann auch relativ stabil gehalten hat, währenddem es auch größere deutsche Ansiedlungen, beispielsweise in dem Bergland, innerhalb Meeren und Böhm oder generell diesem Hochland zwischen diesen beiden Landschaften gab, dass die aber schon im Mittelalter wieder verfallen sind und sozusagen der längerfristige deutsche Sprachraum sich vor allem am Rand der Gebiete gehalten hat. Und das ist eventuell hier auch nochmal eine ganz interessante Dimension. Der Vertreibung der Deutschen, die dort mal gelebt haben entsprechend und der Enteignung derer, ist es natürlich heute so, dass diese Gebiete dann von Tschechien und Slowaken neu besiedelt wurden und so kommen dann auch die Mischdialekte, die wir eben schon besprochen haben, zustande. Hier also noch eine weitere und letzte Karte zur Kultur mit etwas aktuelleren Bezügen, nämlich Religiösität innerhalb der Tschechischen Republik. Und auch da ist wieder die Grenze zwischen Böhm und Meeren eingezogen, was vielleicht noch ganz interessant wird. Wie wir es sehen, Tschechien hat so den Ruf, einer der atheistischsten Staaten überhaupt zu sein. Also nur Ostdeutschland hat wohl weniger Gläubige, als das Tschechien hat. Und Ostdeutschland auch nur, weil Tschechien Meeren hat. Denn es ist tatsächlich so, dass man sich in Tschechien auch mit dem Glauben, dem Katholizismus zum einen, aber generell dem Christentum zum anderen, bis zu so einem gewissen Grad nie richtig angefreundet hat. Oder man hat zumindest seine eigene Variation davon haben wollen. Böhmische Brüder, ja, beispielsweise die Hutterer oder eben auch, man kennt ihn, den Prager Fenstersturz. Und dass es dementsprechend also spätestens nach der Sowjetzeit diesen Trend gab, dass da die Religiösität sehr zurückgegangen ist. Gerade so in diesen Böhmen, wo ja auch meistens die staatstragenden Eliten innerhalb dieses Staates hergekommen sind. Währenddem das in Böhmen wahrscheinlich am extremsten ist, ist es in Meeren tatsächlich auch verhältnismäßig und vor allem im internationalen Vergleich oder gerade wenn man das mal mit Polen vergleicht, doch recht stark ausfallend. Allerdings gibt es da noch einen höheren Anteil an Religiösität. Und das ist auch eben doch nicht unmaßgeblich dadurch bedingt, dass diese Bezirke am Ende nicht alles sind, sondern sich diese Kulturlandschaften auch in puncto Lebensweise einfach bis zu einem gewissen Grad erhalten haben. Und das ist an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz nett visualisiert. Zu guter Letzt möchte ich aber noch mal eine Karte zeigen und das wird sozusagen unsere neunte Karte sein, die mehr oder weniger aufzeigt, wo sowohl Flüsse fließen als auch Gebirge sind. Und das, finde ich, führt viele Dinge, gerade in Kombination damit, dass hier auch die Städte zu sehen sind, noch mal sehr gut zusammen. Weil da steckt am Ende mehr Kulturgeschichte drin, als die meisten eigentlich glauben würden. Wir sehen nämlich zum einen relativ gut, wie eben die Hydronomie in diesem Gebiet funktioniert, wie die Flüsse abfließen. Wir sehen die Gebirge, die Gebirgskämme, wie die sich ringsherum auftun. Und wir erkennen eben auch, wo die Städte gelegen sind. Und es wird im Grunde ziemlich klar, dass solche Flüsse, die diese Gebirge durchbrechen, immer gewisse Einflussachsen dargestellt haben. Also, dass entlang von solchen Flüssen immer kulturelle Impulse erfolgt sind, dass die Gebirge im Gegenzug das Ganze eher behindert haben. Und dass es eben auf diese Weise diese beiden Faktoren sind, die maßgeblich diese Kulturlandschaft mitgeformt haben. Nicht zuletzt dadurch, dass sich beispielsweise auch Städtegründungen entlang von Flüssen nicht unmaßgeblich verbreitet haben. Aber eben auch, dass die Wasserscheiden schlussendlich im Fall von Böhmen und Meeren initial der Faktor sind, der die beiden Landschaften definiert und beispielsweise von Schlesien abgrenzt. Na gut, das waren einfach mal so ein paar Gedanken, die ich zu diesen Karten, die ich hier aufgezeigt habe, äußern wollte. Wenn ihr diese Ideen so teilt oder vielleicht auch dem Ganzen komplett widersprechen würdet, lasst das mich gerne in der Kommentarsektion wissen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich natürlich wie immer, dass wir uns auch beim nächsten Podcast wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin noch eine geschäftige Woche, einen guten Start in den neuen Monat und bis dann!